Die Entfernung Beeindruckend. Warum nicht? Und den kann er jetzt machen. Und er geht über die Linie. So langsam mussten sie es aber gemerkt haben, dass das ein ganz gefährlicher Spieler ist. Da hat er schon zweimal getroffen. Und jetzt hat er die Möglichkeit. Und Schuss. Und ein weiterer Treffer ist gefallen. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, schon fast ein bisschen unfair so zu jubeln. Sie führen ja deutlich. Ja, Sebastian, muss der Keeper da. Und vom Abwehrspieler. Ui, Tor. Und jetzt ist es da. Mensch, da hat er den Torwart aber verladen. Ja, vor allem ist er der. Marcelinho. Pfosten. Und, und. Da ist das Tor. Und dann. Das Tor. Untertitelung des ZDF, 2020